Wir stehen hier am Stand von Wellsystem. Neben mir steht die Marketingmanagerin Witzke Lubisch. Frau Lubisch, was können Besucher hier am Stand sehen? Bei uns gibt es die Original-Überwassermassage von Wellsystem. Also das sind hier unsere Relax Plus-Ligen, hier alle mit dem Spa ausgestellt. Ja, das ist halt die klassische Überwassermassage. Das heißt, warmes Wasser mit zwei Wasserstrahlen wird man massiert. Man kann entweder manuell bedienen, das heißt, man wählt den Körperbereich hier aus. Soll ich das mal eben kurz zeigen? Gerne, ja. Also man kann hier die Körperbereiche auswählen, die massiert werden. Man kann die Massageart auswählen, man kann die Stärke, die Geschwindigkeit auswählen. Man kann hier die Körpergröße einstellen, damit es natürlich auch entsprechend skaliert wird. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ein vorprogrammiertes Massageprogramm auszuwählen, im Gerät abgespeichert. Einfach Programm 1, 2, 3, Start drücken und los geht's. So, dann haben wir noch den Spa hier. Das ist ein modularer Aufsatz, der auf all unsere Hydrojet-Modelle draufpasst. Da hat man einmal seine Privatsphäre. Da drin haben wir noch Farblicht, Kollagenlicht für die Haut, Aroma, ionisierte Luft und Musik, damit man rundum entspannen kann. Sie haben mir jetzt verraten, dass Sie letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Sie sind auch schon vor Anblick auf der FIBO dabei. Profitieren Sie davon in irgendeiner Weise? Ja, wir sind natürlich mit der FIBO gewachsen. Vor 20 Jahren waren wir auch schon mit dabei, damals mit einem relativ kleinen Stand, mit einem Gerät. Dann im nächsten Jahr mit zwei Geräten. Wir haben die FIBO auch wachsen sehen und sind, wie Sie sehen können, auch mitgewachsen. Wenn ich also sagen würde, dass einschalten und abzuschalten, Ihr Motto ist, würde ich das dann richtig treffen? Das ist richtig. Das können Sie auch gerne mal ausprobieren. Dann mache ich das jetzt. Das ist richtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020